ja hallo und herzlich willkommen liebe freunde des guten geschmacks und herzlich willkommen auf meinem kanal der 100 abonnenten hat ja also ich bin mega mega geflasht dass so viele leute hier den kanal die letzten tage abonniert haben herzlich willkommen erstmal an alle neuen in anführungsstrichen gesichter ja ihr seid gegrüßt und ich habe mich wirklich mega mega doll gefreut dass wir jetzt so schnell die 100 geknackt haben ich hatte mir vorgenommen ich mache dann zum hundertsten ein richtig geiles video wo ich euch einfach mal ein paar fakten nenne wie viel ihr geklickt wie viele minuten geguckt wie viele videos ich für euch hochgeladen und so weiter und so weiter das kostet allerdings viel zeit die habe ich jetzt am pfingstwochenende nicht dazu wollte ich auch einfach mal ein paar dankssagungen mit namensnennung an andere youtuber an leute aus meiner community und so weiter raushauen und ja da das er das so ein bisschen unübersichtlich ist bei so vielen leuten sag ich mal namenstechnisch und ich da einfach niemanden vergessen möchte und so jemanden eventuell so ein bisschen unrecht tun möchte deswegen muss ich mir dafür das video einfach zeit nehmen und wie gesagt der plan war einfach ich mache das video und wenn ich die 100 habe ich das einfach live jetzt ging das auf einmal so schnell deswegen gibt es erstmal dieses video dass ihr seht ein mensch der basti der freut sich total das tut er nämlich und der basti sagt vor allen dingen an dieser stelle danke 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 ja einfach danke weil ich gemerkt habe wie das das internet auch irgendwie ein echt geiler ort sein kann also es sind ja mittlerweile wirklich einige leute auf dem discord server auch und ich muss sagen ich habe dadurch echt super geile leute kennengelernt hat ja und für mich hat dieses projekt b seiten gaming ja die ganze dattelei halt irgendwie total verändert also viele spiele ja die eigentlich auf der platte schimmeln würden oder so die machen jetzt wieder richtig spaß einfach weil ich sie entweder mit euch zusammen zocken kann sowie die cs oder so da habe ich noch mal eine ganz neue freude jetzt dran entdeckt einfach weil ein paar aus unserer community damit auch angefangen haben oder ein paar da schon gejoint sind die ja das bereits kannten also haben jetzt echt so eine kleine fliegertruppe da auf dem discord ich habe leute mit denen ich mich über gravity austauschen kann das waren alles so games die in meinem freundeskreis er nicht so viel anklang fanden und jetzt habe ich da irgendwie leute die ja gleichgesinnte halt ja und dazu noch alle irgendwie mega nett sind und es macht einfach spaß irgendwie den ganzen tag auf dem discord server irgendwie rumzuschimmeln und irgendwie mit euch zu quatschen und zu schreiben und so dafür danke natürlich für den support anderer von anderen youtuber bedanke ich mich mega doll und ja auch für an alle abonnenten und vor allen dingen an alle die mir ja in den ersten stunden sozusagen die treue gehalten haben und mich da vor allen dingen motiviert haben weiterzumachen weil es einfach auch krass viel arbeit ist hier diesen kanal zu machen aber ich mache es mega gerne und den lohn den den habe ich einfach schon erhalten nämlich irgendwie dass wir einfach gemeinsam wie abgefahrene games hier zocken finde ich einfach cool so das soll es auch schon gewesen sein ich will gar nicht hier lang rumsammeln sonst wird das nämlich hier alles viel zu lang wie gesagt dann ich denke mal so ab dienstag kann ich mich dann reinsetzen und dann mache ich mal wie ein cooles video wo ich einfach noch mal danke sagt und euch noch mal persönlich danke auch und ihr eben noch mal einen kleinen einblick erhaltet was hier bis jetzt so die in den letzten fünf monaten auf dem kanal passiert ist und zwar dank euch passiert ist denn ihr seid im endeffekt ja der einzige grund dafür dass ich das mache ich würde es nicht für mich alleine machen und fürs geld schon mal gar nicht halt ja von daher ne das seid ihr und ja danke noch mal noch was dem ein oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen auf meinem disco server heißen die ganzen leute die darum schimmeln jetzt nicht mehr community member sondern mighty 100 das ist eine neue rolle die ich mir überlegt habe also ein status quasi für alle die zu den ersten 100 gehört haben ihr seid für immer auf diesem server die mighty 100 wir machen da jetzt keine zweiklassengesellschaft oder so also da gibt es jetzt keine sonderrechte oder so überhaupt nicht aber ich finde das sollen ruhig alle sehen dass ihr die ersten 100 gewesen seid und für alle die das jetzt hören denken ach scheiße das habe ich verpasst kommt auf meinem disco server wenn ihr bis montag also pfingst abend 23 59 sozusagen wenn ihr euch bis dahin noch auf meinem disco irgendwie anmeldet also link im video banane dann gehört ihr auch zu dem mighty 100 und wenn ihr der 101 abonnent seid ist es auch egal also das ist die deadline sozusagen um zu diesem exklusiven klub zu gedauern nee genau ja das war es von meiner seite danke danke ich bin der basti ich bin hier raus und wir sehen uns dann hören uns dann nächste woche